Moin Moin Leute, Ahrensburg Alex. Wie immer hier, willkommen zu einem weiteren Tutorial für die Karte Zombies Classified. Und ich werde euch heute natürlich zeigen, wie ihr auch auf dieser Karte das Schild bauen könnt. Ich habe ja schon mal gezeigt, wie ihr mit dem Pack-Up paschen könnt. Das Video dazu findet ihr natürlich immer in der Black Ops 4 Playlist, die in der Beschreibung verlinkt ist. Und ich würde mal sagen, auf geht's zum Schild-Tutorial. Wie immer brauchen wir drei Teile und das erste Teil ist nicht weit weg vom Spawn. Zentrale Sortierung links durch den Eingang durch. Dort sehen wir Spot Nummer 1, dann hier bei diesen kleinen Schränken, Teil Nummer 2. Und hier ist Location Nummer 3 für das erste Teil. Und dann geht es jetzt weiter nach unten zur Kommandozentrale. Wir gehen einmal hier die Treppe nach unten und hier direkt neben der Treppe befindet sich ein Spot. Spot Nummer 2 befindet sich hier in der Mitte, hier jetzt wo ich hinschieße bei diesem kleinen Licht. Und Spot Nummer 3 befindet sich hier ganz versteckt in der Ecke. Und da hätten wir auch das zweite Teil. Die Reihenfolge spielt hier natürlich keine Rolle, wie wir das Ganze aufsammeln. Dann begeben wir uns jetzt in Richtung Labor, in Richtung Stromkasten. Und wir starten mal hier beim Strom. Dann haben wir nämlich links hier unser Teil. Wenn es da nicht sein sollte, folgen wir jetzt einfach mal diesen Kabel. Und wir finden hier einen weiteren Spot. Und soll es da ebenfalls nicht sein, müssen wir ein bisschen weiter laufen. Und zwar einmal hier links entlang und einmal den ganzen Weg hier entlang. Und dann rechts ebenfalls dem Kabel entlang. Und hier befindet sich dann Spot Nummer 3 für das dritte Teil. Jetzt, wo wir alle drei Teile haben, können wir uns zu irgendeiner Werkbank auf der Karte begeben. Einmal haben wir noch eine Werkbank bei den Laboren und einmal oben eine beim Spawn. Ich habe jetzt die beim Spawn genommen, baue das Ganze hier zusammen. Und schon haben wir das Einsatzschild zusammengebaut. So einfach geht das. Wir können das Ganze mit Alliance ausrüsten. Wir können auch nebenbei mit einer Pistole schießen. Wir können auch sogar die Pistole durch so eine Art kleines Loch durchstecken. Und dann easy die Zombies nochmal killen. So einfach geht das auf jeden Fall, Leute. So schnell ging das vor allen Dingen. Ich würde mal sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Würde mich wirklich sehr freuen. Falls ihr neu seid, könnt ihr gerne ein kostenloses Abo dalassen, um nichts zu verpassen. Am besten auch noch die Glocke aktivieren, um wirklich nichts zu verpassen. Und natürlich die Black Ops 4 Playlist in der Beschreibung auschecken, damit ihr wirklich alles zu Black Ops 4 wisst. Also Leute, ich würde mal sagen, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis bald.